Hocker hat mich gerade darauf hingewiesen, dass wir Punktgleichheit hatten bei der letzten Partie. Ich stand in der Tabelle auf der 1, aber er war in der Mitte auf dem Endbildschirm zu sehen. Wenn mir diese Elite-Outfit-Animationsposition wichtig wäre, wäre das vor Unfair gewesen. Zum Glück bilde ich mir nichts darauf ein. Aber erst einmal an allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Dreh die Löffel einfach rum, dann sind sie sofort... Den Kopf bleibt, den Kopf. Den Bereich sichern, die Bomben weiterschützen. Die Platten weitergeben. Ein wunderschönes, böses Ongel ist bereit. Und springen kann man schon aus der Entfernung, aber nur nicht zumachen. Die Fensterbarrikade steht! Fünf Sekunden noch. Was wurde verstärkt? Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Was verstärkt? Was wird vor dem Alltag? Was ist eine Bombe lokalisiert? Ich kann es nicht machen? Ach so. Ich bin es nicht in der Tat. Ich bin nicht in der Tat. Ich bin da so. Ich bin nackt nicht in der Tat. Aber auch vielleicht nicht in der Tat, das war wirklich nicht in der Tat. Fenster. Zylindergte. Äsch ist drauf. Und raus. Ich lade nach. Das ist Schwarzbad. Äh, Jackal. Aktienraum. Rot. Mach ich. Wechselmagazine. Zwei da, roter Pink. Nein, Kacke. Hör doch mal auf mit deiner Kamera rumzupallern. Also man hört doch nichts. Nein. Scheiße. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Boah. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Hättest du denn mal nicht so viel reingeballert, hätte ich mich von hinten anschreichen können, aber nachdem... Ja, wenn die da nicht zur Ruhe kommen... Das kannst du mir nicht in die Schuhe schieben. Die Bomben schützen. Was ist aufgelbereit? Das ist aufgelbereit. Die Fensterbarrikade steht. Was ist verstärkt? Die Elektrokralle ist an. Zehn Sekunden noch. Böses Auge eingesetzt. Noch fünf Sekunden. Okay. Nicht hier aufmachen. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalisieren. Wenigstens neben dem Loch zumachen. Wand versteckt! Wunderschöne ja genau richtig eine bombe wurde von den gegnern lokalisiert so Es ist eine 3. Hihihi Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert 15 Sekunden noch Letzter verbleibende Operator Ein Gegner verbleibt 5 Sekunden übrig Nein Da war ein Maverick noch Ich dachte eher auf Kopf Schweinearsch Wir müssen eine Bombe aufspielen Das war nicht vom Geländer Großraumbro sind sie Ah, schon finden wir schon Noch 10 Sekunden 5 Sekunden bis Einsatz Rück zur Bombe vor und entschärft sie Keine Ausreiner Ich lade ein frisches Magazin Fragezeichen tot Es war Läsion Kreiter Okay Strom nach Gans Wenn du irgendwie unten was sicher hast Dann sag Bescheid Weil ich hab den in Schärfeier Nachladen Die Drohne ist aktiviert Du hast den Entschärfeier verfallen gelassen Spritzenmann hinter der Wand An dem Fenster unten Wo man reingehen kann Direkt gegenüber des Fensters Einer vom eigenen Trupp verbleibt Ah, toll Ein Schärfer liegt im Aktienraum Ja, ein Schärfer ist Ja, ein Schärfer ist Und da war die Sprecher Die Drohne ist Ja, klar, er weiß, wo er hinschießen muss. Das ist logisch. Klar auch. Hast du denn durch meine Aufmachung am Boden markiert? Oder waren oben Fußabdrücke? Hm. Keine Antwort ist auch keine Antwort. Mann, dieser Marek sollte endlich einen Konter bekommen. Er macht da ein Loch und das ist genau richtig. Ich dachte, das wäre auf Kopf höher. Ah, Scheibenkleister. Habe auch etwas zu früh auf die Termitladung geschossen. Das war nicht gut. Aber ich glaube, ich habe jetzt meine beiden bösen Augenpositionen da oben gefunden. Die finde ich ziemlich gut. Besser geht es, glaube ich, nicht. Aber vielleicht werde ich da nochmal tüfteln. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss.